Hi, weiter geht's in der Pikachu-Liga. Wir spielen wieder mit dem Mew Gen... äh... Genesect Deck. Und gucken mal, wie es jetzt so läuft. Ich hoffe, dass diesmal die Power-Tabletten, dass die wirklich funktionieren. Nicht so wie beim letzten Mal, dass mir dann mein Sieg gekostet hat. Aber vielleicht klappt es ja auch diesmal. Ich sehe gerade, mein Greenscreen ist gar nicht richtig unten, ne? Zack. So. Ich sage Zahl. Und ich möchte gerne noch anfangen. Zack. Yeah. Da haben wir auf jeden Fall den Münzwurf gewonnen. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal ein mentaler Sieg, ne? Der mentale Sieg. Der uns hier zum Sieg führt. Hier manchmal kann man auch nur Quatsch reden, ne? So, wieder mal kein Pokémon. Also das ist halt wirklich ein Problem in dem Deck hier. Wenn du bloß einen neuen Basis-Pokémon hast. Naja, aber vielleicht ja mal ein zweites Mal. Ja, aber auch wieder das Janice-Hack vorne. Also, auch noch die beste Variante. Aber wir haben hier einen Battle-VIP-Pass. Das ist auf jeden Fall stark. Das ist auf jeden Fall richtig stark. Warum haben wir eigentlich Marni hier drin? Marnis Pride. Ich lege eine Basis-Energie-Hackle aus dem Ablaufstab an den Punkt. Wir haben hier gar keine Basis-Energie-Karten. Das ist eine Spezial-Energie. Komisch, das muss ich nochmal an dem Deck ändern. Irgendwas ist hier strange. Vielleicht ist die Karte auch einfach nur zum Ablegen. Einen Arceus Vista-Deck hier anscheinend. So, wir fangen natürlich an. Ganz klasse. Schauen wir uns erstmal hier, ich würde sagen, zwei davon. Und dann spielen wir einen Kriperball. Legen das und das ab. Und natürlich schon mal ein... Eigentlich brauchen wir erstmal einen Mew. Eigentlich ist das natürlich für das Mew 4 Max. Aber so ist das. So, und dann... Zack. Battle-VIP-Pass. Das ist natürlich auch praktisch. Dann nehmen wir noch den und den. Und... Spielen. Und dann nochmal die Fähigkeit. Hoffentlich ziehen wir noch ein bisschen was Praktisches. Ein Switch ist sehr praktisch, auf jeden Fall. Wenn wir Glück haben... Wenn wir Glück haben... Ziehen wir noch das Mew 4 Max. Leider nicht. Schade. Das ist nicht so gut. Leider nichts zum Abwerten jetzt, ne? Das ist echt... Das ist echt schade. Und wir können auch keins dieser Angriffe machen. Das war unser Zug. Ich meine, das Deckel ist... Äh... Der Platz hier ist jetzt voll. Das ist natürlich ganz praktisch. Ich habe auch das Gefühl... Der Schneegipfelfahrt, der... Blockiert mich hier selber drin. Ich hätte den natürlich auch spielen können, ich Idiot. Weil dann hätte er jetzt nicht seine... Faust da Fähigkeit machen können. I see, I see. Und danach einfach die nirgendwo City legen. Das wäre eine Variante gewesen, um mir zwingend eine Runde von dem zu... stören. Und wenn er jetzt mal Mew besiegt, was er natürlich tut... Dann ist das schon mal richtig schlecht für mich. Obwohl es nur 160 Damage macht. Ach ja, wir kriegen ja weniger Schaden. Natürlich, wir kriegen ja weniger Schaden. Was sag ich denn? Das ist natürlich für uns praktisch. Und das ist jetzt tatsächlich dann doch... eher sehr praktisch. Und damit... jetzt nämlich... und das Mew for Max holen. Das eine, was wir auf jeden Fall brauchen. Es ist so traurig, dass ich nicht mehr Karten loswerde, ne? Aber was willst du machen? Was willst du machen? Das könnte man zum Beispiel machen. Oh, jetzt können wir Karten loswerden. Oh, so. So. Dann... können wir auch schon von mir aus die Lost City spielen. Und nochmal Karten ziehen. Da ist noch ein Cross-Switcher. Brauchen wir ein Befehl vom Boss? Nö, ne? Ich würde sagen, wir ziehen zurück. Legen den rein. Wir machen einfach schon mal den Schaden. Können natürlich auch ein Cross-Switcher loswerden. Aber was sollen wir dann für eine Karte ziehen? Ich glaube, wir machen das so. Ich bin einfach mal ein Tech-Blaster und mache immer 190 Schaden. Also was ich ja echt so ein bisschen nervig finde an den V-Max ist ja einfach, dass der Gegner drei Preiskarten zieht. Nur wenn ihr schon so viel Damage drauf gemacht habt. Das ist echt ärgerlich. Da habe ich das Gefühl, mit Faust da ist das dann schon irgendwie besser. Ich habe natürlich auch ein Choice-Belt holen können. Das ist ärgerlich. Er hielt schon mal ein bisschen. Aber auch nur 40. Das reicht nicht, wenn ich switche nächste Runde. Ich bin mal gespannt, was er macht. Ich habe leider nichts zum Healen. Was mir sehr auf jeden Fall gefällt in dem Deck ist ja, dass man das, ja, Forest-Sealstone oder wie heißt es auf Deutsch hier? Wald-Siegelstein. Wald-Siegelstein. Dass man das mit dem Deck hat. Das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Ergänzung an einem V-Max-Deck. Okay. So hat er sich entschlossen. Er hat aber keine Energiekarten rausgenommen. Achso, weil er E-Bus 3 dafür braucht. Okay. Jetzt hat er die Frage, will ich mein Choice-Belt loswerden? Ach, hier. Wir probieren es erstmal damit. Erstmal ein bisschen in mein Karten ziehen. Okay. Wozu haben wir die Fähigkeit, wenn wir sie nicht nutzen? Achso, ich habe ja noch so viele. Ha, ha, ha. Wegen dem Cross-Switcher. Was eine Variante wäre, wäre den Cross-Switcher zu spielen. Den reinzuholen. Den zu spielen. Aber das Ding ist halt. Können wir uns noch ein paar Karten wiederholen, ne? Nö, können wir nicht. Auch nicht schlecht. Ich glaube, ich spiele auch das Deck noch nicht zu 100% richtig. Ich glaube, das ist auch noch ein großes Problem. Naja. Machen wir erstmal seinen Nachfluss. Machen wir das fertig. Ziehen wir erst mal zwei Karten. Okay. Da ist das Mew und das Mew von Max noch. Nee, Tank. Ui. Das macht ja richtig Damage. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja richtig ärgerlich, was da hinten liegt. Das reicht aber nicht aus. Was für mich natürlich supergutes. Ich habe das Gefühl, ich muss ehrlich gesagt gar nichts spielen. Sondern wir machen das so. Tauschen das aus. Machen hier einen Rückzug. Legen den nochmal rein. Ah, wir haben kein Choice-Belt, ne? Das heißt, ich besiege den nicht, ne? Dammit. Naja, wenn wir Glück haben... Wenn wir Glück haben... Können wir uns eine Power-Tablette nehmen. Oder ich hole den Choice-Belt. Geben wir die sichere Variante. Weil beim letzten Mal hat es ja, wie gesagt, auch nicht geklappt. Aber jetzt müsste es ja klappen, ne? Genau. Tank-Blaster 220. Zieh nochmal zwei. Okay, also selbst wenn er jetzt einen Mew von Max besiegt. Was er ja nicht tun wird. Naja, doch mit der Kraft-Energie schon, oder? 30 mehr. 92. Ne, ich glaube, dann hat er wohl aufgegeben, oder was? Dann GG. Dann hat er wohl keinen Bock mehr. Dann ziehen wir den zurück. Und... Spielen einfach... Ich habe keine Ahnung, warum das andere nicht funktioniert hat. Warum der Tank-Blaster nicht funktioniert hat. Aber wir haben gewonnen. Er hat kein Pokémon mehr auf der Bank. Ich glaube, er hat einfach keinen Bock mehr. Den Mew von V zu spielen. Warum bin ich so dunkel? Ist ja strange. Sorry für die Qualität der Facecam gerade. Vielleicht kriegt er es für die nächste Aufgabe mal wieder ein bisschen besser hin. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mew wie Max gegen Arceus Faust da. Und jo, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.